Musik Willkommen zur obligatorischen Pressekonferenz nach dem Drittliga-Punktspiel unseres HFC gegen den FC Hansa Rostock. Endergebnis 3 zu 1. Wir begrüßen ganz herzlich zu meinen Rechten von Ihnen aus gesehen Mark Fascher, der Cheftrainer des FCH und zu meiner Linken Cheftrainer unseres HFC Sven Köhler. Beginnen möchten wir wie immer mit einem kurzen Statement bei der Trainer zum Spiel. Das wird natürlich zuerst der Trainer unserer Gäste. Bitte, Herr Fascher. Ja, vielen Dank. Erstmal vorweg herzlichen Glückwunsch an meinen Kollegen zum Sieg. In der ersten Halbzeit haben wir fünf Minuten stattgefunden. Das waren die ersten fünf Minuten. Ich weiß nicht, wann das 1-0 genau gefallen ist, in welcher Minute. Bitte? Zehnte Minute. Zehnte Minute. Ja, da sahen wir hinten im Abwehrverbund überhaupt nicht gut aus. Da haben wir geschlafen im wahrsten Sinne des Wortes. Und beim zweiten Tor sahen wir auch nicht viel besser aus. Da haben wir eine klare Zuteilung, die wohl nicht wirklich eingehalten werden konnte. Die Bilder muss ich mir letztendlich nochmal genau angucken. Ich weiß nicht, wann das gefallen ist. Ich glaube, 15. Minute. Ja, dann stehst du da mit deinem Talent. Kommst dann aber nochmal wieder. Da zeigt die Mannschaft eine Reaktion. Und als wenn das noch nicht genug gewesen ist, kriegst du noch das 3-1 obendrauf. Wieder nach einer Standardsituation. Auch da quasi geschlafen. Und damit der Albtraum wirklich komplett wird in der ersten Halbzeit, noch die rote Karte obendrauf. Ob es eine war, kann ich schwer beurteilen. Wobei viele Leute meinten, es wäre wohl zu hart gewesen. Aber wenn du zur Halbzeit 3-1 Centen liest und einer weniger bist, dann muss schon ein Wunder kommen, wenn du das Spiel noch drehen willst. Wenn ich wirklich was Positives hervorheben will, dann ist es die zweite Halbzeit, dass die Mannschaft sich dann nicht hat abschlachten lassen. Wahrscheinlich auch dadurch begünstigt, dass Halle einen Gang, vielleicht sogar auch zwei Gänge zurückgeschaltet hat. Weiß ich nicht, das kann mein Kollege gleich beantworten. Ja, von daher verdient der Sieg für Halle. Und ich wiederhole mich Glückwunsch an Halle. Danke. Dankeschön, Herr Fascher. Sven Köhler, zum Spielverlauf aus deiner Sicht. Ja, danke erstmal. Ich denke, dass es zu Beginn ein intensives Spiel war und auch die Rostocker nach vorn immer, zumindest für mich, gefährlich wirkten. Sicher ist es so, wenn man dann relativ zeitig das 1-0 macht, dann ist 2-0 hinterher, dass man vom Gefühl her glaubt, ja, das Spiel läuft in deine Richtung. Aber mit dem 2-1 war es wieder ein offenes Spiel und dort hätte durchaus auch das Spiel wieder in die andere Richtung kippen können, weil die Rostocker immer bemüht waren, dort nach vorn zu spielen. Natürlich freue ich mich, dass wir die Standorte so geschlagen haben, dass wir vorne, sagen wir mal, auch gefährlich waren mit dem 3-1 und der roten Karte. Natürlich war dann für mich die Hoffnung groß, dass dieser Vorsprung reichen wird und dass wir in der Lage, oder abgehofft, dass wir in der Lage sind, dann das Spiel ruhig zu Ende zu spielen. In der 2. Halbzeit war es von unserer Seite her sicher kein gutes Spiel, was das Spiel nach vorn angeht. Aber wir haben es zumindest geschafft, anders als gegen Babisberg, kontrolliert zu spielen, den Rostockern die Hoffnung zu nehmen, dass sie nochmal rankommen können. Und am Ende, glaube ich, dann in Ruhe mit einem Mann mehr, das muss man sagen, dann das Spiel zu Ende gespielt. Und ja, das Wichtigste war einfach, dass es uns gelingt, hier zu Hause diese drei Punkte zu holen. Die Mannschaften, die hinten stehen, haben am Samstag alle gepunktet. Diese drei Punkte helfen uns auf unserem Weg und ich hoffe, dass wir wieder ein ganzes Stück weitergekommen sind. Dankeschön. Ja, danke auch an unseren Chefcoach Sven Köhner. Meine Damen, meine Herren, Sie haben jetzt wie immer die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Benutzen Sie bitte das Mikrofon, damit unsere zugeschalteten Gäste im VIP-Bereich Sie auch mithören können. Ja, meine Damen und Herren, die Bildzeitung. Der Kollege Fascher hat es vorhin schon gesagt, der HFC hat zumindest den Eindruck gemacht, dass er in der zweiten Halbzeit ein bis zwei Gänge runtergeschaltet hat. War das so gewollt? War das vielleicht auch eine klare Ansage vom Trainer in der Halbzeit oder hat sich das einfach so aus dem Spiel heraus ergeben? Ja, wichtig war, dass wir, sagen wir mal, auf Ballbesitz spielen mit einem Mann mehr, trotzdem immer wieder den Blick nach vorn. Die Rostocker haben es uns schwer gemacht, in die gefährlichen Räume zu kommen, waren aber auch nicht so aktiv, dass sie uns permanent vorn angegriffen haben und dann hat sich das, sagen wir mal, auch ein klein wenig so ergeben. Gut, gibt es weiteren Informationsbedarf? Nach dem Sieg gegen Rostock spricht man sicherlich als Trainer von einer Mannschaftsleistung, aber können Sie heute wen herausheben? Wer hat Ihnen am besten gefallen? Wer waren die entscheidenden Leute heute für den Sieg? Wichtig war definitiv, sagen wir mal, dass es uns gelungen ist, als Mannschaft kompakt aufzutreten, aber wenn der Timo Vorholmen zwei Tore schießt, dann war das schon entscheidend für den Spielverlauf und ich denke, es hat jeder gesehen und wir auch, dass er uns hilft, bis jetzt schon geholfen hat und dass er gemeinsam mit den anderen natürlich in der Lage ist, unser Spiel besser zu machen. Herr Thieme? Ja, dann vielleicht die Gegenfrage an Herrn Fascher. Sie haben ja gesagt, dass Sie in der Halbzeit sich nicht abschlachten lassen wollten, in der zweiten Halbzeit. Mit welcher Einstellung haben Sie Ihre Mannschaft in die zweite Halbzeit geschickt? Das heißt, wollte man wirklich auf Schadensbegrenzung gehen oder hat man nochmal versucht, auch mit zwei Wechseln mit frischen Leuten nochmal was zu bewegen? So in etwa. Also in erster Linie natürlich erstmal Schadensbegrenzung betreiben. Ich sprach ja auch eben in der Analyse davon eine gewisse Ordnung. Wir haben dann 4-4-1 gespielt und wollten dann mit schnellen Leuten versuchen nochmal, den einen oder anderen Angriff zu setzen mit Colin Kwaner und Sarkis Adamian, um vielleicht nochmal eine Standardsituation herbeizurufen. Vielleicht auch nochmal, wenn Halle weiter alles nach vorne geschmissen hätte, in Anführungsstrichen, also weiter offensiv gespielt hätte, dass man vielleicht hätte nochmal einen Konter starten können. Aber es war, wie gesagt, mehr Wunschgedanke. In erster Linie haben Sie aber sicherlich recht, ging es darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Gut, dann schon der letzte Herr Nowak. In Darmstadt waren es auch drei Fragen. Trainer, wie sieht es bei Dennis Mast aus? Wo ist er im Moment? Und hat möglicherweise auch Toni Lindenhahn, weil das sah ja so gut nicht aus, als er da zusammengebrochen ist, wissen Sie schon, was da los ist? Na, Dennis Mast hat meines Wissens die Nase gebrochen. Ich hoffe nun, dass es so ein Bruch ist, wo man nicht weiterspielen kann. Ich werde ihm diese Woche sagen, dass der Sportkamerad Mölders aus Augsburg glaube ich auch mit gebrochener Nase spielt und gesagt hat, dass er ja mit den Füßen spielt und nicht mit dem Gesicht. Ich weiß es nicht. Müssen wir sicher die Woche abwarten, wie sich das entwickelt. Jeder weiß, dass Dennis sich zum wichtigen Spieler entwickelt hat. Ich hoffe natürlich, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass er spielen kann. Bei Toni war es eine Verletzung, sagen wir mal im Knöschel, wo ich glaube, dass es eher nicht so schwierig sein wird. Herr Hüniger hat eine Frage. Ja, Hüniger, Hallesport.de. Warum haben Sie so spät gewechselt, Herr Köhler? Also bei 3 zu 1 Führung mit einem Mann über Zahl hätte man doch auch schon im 75. Mal anfangen können, ein paar Leute nochmal auszuprobieren, oder? Ja, das ist richtig. Aber als Trainer bist du trotzdem immer, sagen wir mal, ich hatte nicht das Gefühl, dass hier gar nichts mehr passieren kann. Und da ist mir eben auch ein Timo Vorherholm wichtig, relativ lange ihn draufzulassen in dem Gefühl, wenn eine gute Aktion kommt. Das ist keine Abwertung gegenüber den anderen Spielern. Aber wie gesagt, die Rostocker haben eine individuell gute Mannschaft, stehen sicher nicht so da, wie sie sich das wünschen. Und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass nicht aus irgendeiner Situation noch was entstehen kann gegen uns. Und einfach, um dort relativ wenig anbrennen zu lassen, eben auch lange so erstmal zu Ende gespielt. Wir hatten ja dann schon den einen Wechsel mit Dennis Mast. Und ja, das Gefühl erstmal sicher zu sein. Herr Witt, das war immer noch keine Frage. Herr Döhl von der MZ. Thomas Döhl mit der Deutsche Zeitung. Wenn man die drei Tore anspricht, dann muss man auch das eine Gegentor ansprechen. Was hat da in der Innenverteidigung aus Ihrer Sicht nicht funktioniert, dass das gefallen ist? Ich denke, in der Mitte ist es dann immer schwer zu verteidigen. Es war eine Situation, wenn du 2-0 führst, gewinnst aus in den Zweikampf nicht und bist in der Mitte einer weniger. Dann musst du in der Zuordnung irgendwo was verkehrt gemacht haben. Aber vielleicht war es dann das Gefühl, es steht 2-0. Wir liegen vorn. Hat vielleicht der Tick Aggressivität gefehlt und hat ausgereicht, das war ja auch ein schöner Angriff von den Rostockern. Dort haben sie gezeigt, dass es in die Spitze spielen. Dann dieser Querpass und dann waren es auf einmal einer mehr in der Mitte. Hat eben die Zuordnung nicht gestimmt. Und wie gesagt, das kann auch in der 87. noch mal passieren. So, dann wirklich abschließender Blick in die Runde. Herr Noack hat keine Frage mehr. Herr Blumtritt auch nicht. Bedanken wir uns für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen unseren Gästen vom FC Hansa für heute erstmal eine staufreie Heimreise. Viel Erfolg im weiteren Verlauf der Saison. Und würden uns freuen, Sie dann hier am Samstag, 30. März, gegen den anderen FCR, nämlich den aus Heidenei, wieder im Erdgas-Sportpark begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Marco, ja, du strahlst. Ich glaube, alle Rot-Weißen haben heute einen Tag, wo sie lächeln können, trotz des miesen Wetters. 3-1 gewonnen, du wieder ein Tor gemacht. Ich konnte es gar nicht so richtig erkennen. Ich glaube, der ein oder andere im Stadion auch nicht. Vielleicht kannst du noch mal kurz die Situation schildern. Ja, war ein Freistoß vom Waage. War vorher klar, er zieht das Ding aufs Tor. Und somit habe ich mich entschieden, zum Torwart zu laufen. Und der Ball kommt eigentlich genau zu mir. Ich versuche, mit dem langen Bein noch vorm Torhüter wegzuspitzeln. Komme leider nicht dran. Er kriegt irgendwie vor der Hände, vor der Brust, weiß ich nicht. Haut mir vor den Arsch und er geht hin ins Tor rein. Also, kleines Ping-Pong-Tor, aber das gehört auch dazu. Okay, ja, wir haben schon einiges gehört heute zur Leistung der Mannschaft. Erste Halbzeit noch nie, habe ich, glaube ich, den HFC in der dritten Liga so dominant zu Hause auftreten sehen. Ich glaube, jeder Schuss ein Treffer und die Abwehr stand bis auf die eine Situation. Was sagst du zum Spiel? Ja, ich denke, wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen, haben die Rostocker unser Druck gesetzt, haben sie zu Fehlern gezwungen und haben natürlich, und das war unser Riesenvorteil heute, aus den Chancen, die wir hatten, gleich die Tore gemacht. Das macht Fuhre natürlich klasse, der steht immer da, wo er hin muss. Und, ja, dann bringst du dich hier auf die Gewinnerstraße, dann kriegen die noch eine rote Karte und damit haben wir es in der zweiten Halbzeit dann auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ja, ist für den Zuschauer vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber es ist sinnvoll, um das Spiel zu gewinnen. Ich danke dir. Danke. Fantastisches Spiel, insbesondere die erste Halbzeit. Granios, hatten wir lange nicht beim HFC, du bist noch nicht so lange dabei. Sag erst mal was zur Stimmung und zur Atmosphäre. Die Stimmung war natürlich 1A, also besser geht es nicht, sage ich jetzt mal. Schon alleine mit der Vorbereitung, mit dem Plakat, was sie gemacht haben, die Fans, war 1A. Ja, und das wünscht sich, glaube ich, jeder Verein in der dritten Liga. Nico Kanitz kommt mal kurz ins Bild, der Dicke kann dann auch noch ein Interview geben, hat einen Kurzeinsatz gemacht. Ja, sag was zur Leistung des HFCs, zur Mannschaft, zu deiner Leistung. Ja, also wir haben die letzten beiden Spiele die erste Halbzeit verschlafen, das wollten wir diesmal anders machen. Und, ja, wir haben Vollgas gegeben, schnell 2-0 geführt, dann ein blödes Gegentor gefressen und dann eben schnell das 3-1 nachgelegt. Ja, die zweite Halbzeit hätten wir zwar auch noch ein paar Tore schießen können, aber, ja, so wie es lief, war alles gut. Okay, also Ergebnis war super, Atmosphäre war sensationell. Ja, was kannst du noch sagen? Nächstes Spiel vor der Brust in fünf Tage, weh in Wiesbaden. Dann macht er da den Sack zu und sichert den Klassenerhalt am Freitag? Ja, also wir wollen ja noch mehrere Spiele gewinnen. Also dafür bin ich ja auch hergekommen, auch die anderen Spieler. Und ich denke nicht, dass uns dann 40 Punkte schon reichen. Also persönlich für den Klassenerhalt vielleicht schon, aber wir wollen mehr Punkte haben. Das heißt, du bist nächstes Jahr auch beim HFC? Okay, vertraglich bei den Armut Dresden und dann setzt man sich im Sommer zusammen und dann wird man sehen. Okay, dann weiterhin viel Erfolg. Ja. Vielen Dank. Daniel Ziebig. Der HFC gewinnt 3-1, sensationelle erste Halbzeit, sehr präsent. Und ja, ich glaube, der HFC war zum Heimspiel noch nie so dominant wie gegen Hansa, insbesondere in der ersten Hälfte. Was sagst du? Ich glaube, wie das der Toni gesagt hat, war unser Marschruder einfach, dass wir im Durby von Anfang an Akzente setzen wollten, präsent sein wollten, aggressiv sein wollten. Und ich denke, dass wir das ganz gut gemacht haben. Gehen dann, man braucht ein bisschen Glück bei den Toren, führen dann schnell 2-0 und kriegen dann so ein doofes 2-1. Und das habe ich gerade schon mal gesagt, der kann so ein Spiel auch kippen, aber wir haben die Ruhe nie verloren. Ich glaube, auch mit dem Selbstvertrauen von den letzten Spielen, denke ich, haben wir sechs Punkte geholt. Und das Selbstvertrauen brauchen wir dann auch in schwierigen Situationen. Und ja, dann machen wir das 3-1 und dann mit der roten Karte, weiß ich nicht, ob es eine rote Karte war. Auf jeden Fall bin ich eher am Ball, er kommt reingekrätscht und ich sehe es nicht, ich merke nur Schmerzen an meinem Knöchel. Und rote Karte, das hat uns natürlich dann auch einen Vorteil gegeben. Aber wenn man das Spiel dann gegen Babelsberg sieht, waren wir auch zu 10 und haben das nicht so gut gemacht. Aber heute hat man, denke ich, mit Waage gesehen im Zentrum, der dann die Ruhe hat, der die Bälle verteilen kann, müssen wir dann eigentlich noch das Vierte machen. Aber ich glaube, dass wir so weit noch nicht sind, um dann so ein Ding so 3-3 oder 4-4-1 dann auszuspielen. Das müsste dann der nächste Schritt sein, damit der Verein oder die Spieler, die merken, dass es ein Aufwärtstrend ist, dass wir eine gute Truppe haben. Weil gerade die Frage kam wegen den 40 Punkten, ich bin hier hergekommen, um so viele Punkte wie möglich mitzuholen, damit man nicht mit 40 ausgeruht ist, sondern vielleicht holt man 50 oder dass man im Endeffekt alles rausholt. Und das hat sich die Mannschaft dann auch verdient. Und ich denke, dass wir Qualität haben, wissen wir. Ich denke, ich bin hier auch hergekommen, um jedes Spiel zu gewinnen. Es war paradox zu sagen, man verliert kein Spiel, aber wenn man das Spiel gegen Preußen und Münster sieht, hätte man das Spiel auch nicht verlieren dürfen. Und da sieht man, dass wir Qualität haben. Aber wir müssen es jede Woche zeigen und das haben wir heute wieder gemacht. Und wir genießen das jetzt die nächsten zwei Tage und dann geht es wieder los gegen wen wie es Baden. Es wird wieder so eine ähnliche, schwere Aufgabe. Mike Wagefeld hat jüngst seinen Vertrag verlängert und er hatte da auch in der Mitteldeutschen Zeitung so einen kleinen Nebenkommentar abgelassen. Er hatte dich ja, glaube ich, erholt, Munkeltmann, hat dich überzeugt, dass du nach Halle kommst. Und dort stand zu lesen, du bleibst in Halle. Was kann man da den Fans berichten? Ja, das ist ein Wunschdenken von Wage. Ich meine, ich habe Vertrag in Cottbus und das Ausleihgeschäft geht ja nur das halbe Jahr. Und dann, wie gesagt, im Sommer wird man sich zusammensetzen, ähnlich wie es beim Toni ist. Und es ist alles möglich. Ein Fußballer will so hochklassig spielen, wie er kann. Zweite Liga, erste Liga. Ich glaube, erste Liga wird schwer aufgrund von meinen Verletzungen, die ich alles drumherum schon hatte. Und ich fühle mich wohl hier, das passt alles. Aber das heißt so lange nicht, dass ich im Sommer hier bin. Und von daher genieße ich die Zeit hier, weil es macht richtig Spaß. Und alles andere wird man dann im Sommer sehen. Ich glaube, du bist ein ganz wichtiger Baustein in der Mannschaft. Ja, das sieht man ja auch. Und Ziel zweite Liga mit den HFC ist jetzt vielleicht noch eine Wunschvorstellung. Aber vielleicht mit dir zusammen nächstes Jahr Angriff? Wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe Vertrag in Cottbus. Und ich glaube, dass die Verantwortlichen in Cottbus auch wissen, was ich kann. Und es ging, wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, es ging einfach um ein Haushaltgeschäft für den Kopf, für mich, dass ich wieder Spaß am Fußball habe. Und wenn der Mike Wagefeld und der Trainer Köhler nicht gewesen wäre, wäre ich nicht in Halle gelandet. Und ich denke, dass man das halbe Jahr, wie gesagt, das genieße. Ich freue mich, Fußball zu spielen. Ich freue mich, dass ich wieder zu aller Stärke zurückgefunden habe. Aber wie gesagt, der Blick geht immer nach oben. Ich bin ehrgeizig genug und alles andere wird man dann in Zukunft sehen. Ich konzentriere mich jetzt auf die Spiele bis zum Schluss und dann wird man sehen. Wir freuen uns, dass du da bist und wünschen dir noch viel Spaß, die letzten 9 Spiele. Danke. Warst du mit? Ja, Annika spielt selber. Du musst eine Hüfte vor? Ja, ich muss mit mir Vorlieb nehmen. Und zu einem Tag kann ich trotzdem lächeln. Michael Schädlich. Fantastisches Spiel. Das Wetter war nicht so toll. Aber 3-1 für den HFC. Erste Halbzeit, sensationell. Sag was. Ich denke, die erste Halbzeit kann man mit effektiv bezeichnen. Aus vier Chancen, drei Tore zu machen. Rostock ist keine Laufkundschaft. Er hat sicherlich spielerisch mitgehalten. War teilweise auch gerade, was das Tor auch zeigt, sehr angriffsstark. Ich denke, die zweite Halbzeit haben wir das jetzt mit einer Art von Cleverness heruntergespielt. Ich denke, je mehr wir an Sicherheit gewinnen, auch mit dieser Mannschaft, die auf fünf Positionen seit Januar verstärkt ist, je besser kommt das Team ins Rollen. Wir wollen so schnell wie möglich diese, ich denke, 43 Punkte werden notwendig sein, erreichen, um Planungssicherheit zu bekommen für die Vorbereitung der nächsten Saison. Und man muss auch eines sagen, dass natürlich alle um dieses Spiel herum, jedenfalls bis dato, was die Frage der Sicherheit betrifft, was die Frage auch der Vermarktung, der Kommunikation betrifft, alle einen guten Job gemacht haben. Und ich sage es auch gerne, auch gerade dir gegenüber, was in dieser Fankurve geleistet wird, ist top. Man lässt sich nicht provozieren. Man hat eine Choreografie, denke ich, der Öffentlichkeit gezeigt, die mit unheimlich viel Aufwand, Sympathie und natürlich mit dem Schuss sozusagen Schmäh auch ausgestattet war. Ich bin also in der Weise nicht nur über das Ergebnis des sportlichen Vergleichs zufrieden, sondern eben auch über das Ergebnis, das bis dato sicherheitstechnisch von allen Seiten sehr löblich erwähnt wird. Michael, ich glaube, viele Fans haben natürlich einen Spieler ganz besonders im Auge. Ich weiß nicht, ob er heute Spieler des Tages war. Auf alle Fälle hat er zwei Tore geschossen. Alle hoffen und bangen natürlich, dass die Zukunft für Timo Furuholm beim HFC weitergeht. Kannst du schon was sagen? Kannst du ein kleines Pünktchen Hoffnung machen für die HFC-Fans? Was wird mit Timo nach der Saison? Das kann man in der momentanen Situation nicht einschätzen. Aber man muss realistischerweise sagen, ich neige nicht unbedingt zu Euphorie. Dass Timo Furuholm uns unheimlich hilft, sehr clever und effektiv arbeitet. Er aber natürlich auch im Fokus vieler anderer höherklassiger Vereine steht. Und es wird sich zeigen, ob wir wirtschaftlich wirklich diesen Herausforderungen standhalten können. Ich würde momentan eher sagen, dass es schwierig ist. Aber unabhängig davon ist es ein unheimlich professioneller und sympathischer Typ. Weil er hängt sich voll rein und nutzt natürlich auch seine Chance, hier in Halle überregional auf sich aufmerksam zu machen. Ich denke, ich verrate ein kleines Geheimnis, dass er wohl Ende März bei der finnischen Nationalmannschaft im Team sein wird. Für das WM-Qualifikationsspiel gegen den Weltmeister Spanien. Und wer hätte schon vor zwei oder drei Jahren hier vorausgesagt, dass wir einen Mittelstürmer beim HFC haben, der gegen den Weltmeister ein Länderspiel macht. Das ist die Qualität von Timo Furuholm. Die zu bezahlen. Ob der ein Drittligist reicht. Ich wage es immer noch stark zu bezweifeln. So leid es mir tut. Aber wir kämpfen. Trotzdem noch mal Glückwunsch auch von den Fans von allen Seiten. Ihr habt im Winter einen super Job gemacht. Ich glaube, alle fünf Neuverpflichtungen sind eine Hammerverstärkung. Und ja, ich glaube, jetzt brauchen wir auch keine Angst haben für die Zukunft des HFCs. Sagt den Fans Danke. Einfach Danke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.